Wenn wir uns die Frage stellen, was ist linker Feminismus, müssen wir als Antwort wissen, es geht nicht um eine Spezialdebatte, es geht nicht um Partikularinteressen oder nur um Identitätspolitik, sondern es geht ums große Ganze. Es geht darum, die Ausbeutung von Frauen zu beenden, Schutzräume für Gewalt an Frauen zu schaffen. Es geht darum, Verteilungsfragen aufzurufen. Geld ist extrem ungleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Die Macht ist extrem ungleich verteilt, Ressourcen allgemein und ganz wichtig auch die Zeit. Und da müssen wir ran, das werden wir weiter als Linke machen, in Parlamenten und auf der Straße und auf wunderbaren Festivals wie hier in Essen auf den Feminist Churches.